berlin fünfter februar 2024 vor mich steht nobert robert 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 ich grüße dich mal lieber du bist obdachlos okay kannst mir ein bisschen was erzählen von dir du bist woher kommst du ich komme aus polen ich lebe hier 24 jahre schon okay und dann lebe ich nur 24 jahre in deutschland auf der straße okay dann weißt du ja bestimmt besser wie die ökonomie heute aussieht würdest du sagen würdest du sagen heute ist besser mit dem geld oder schlechter ich verstehe also der robert sagt die ökonomie ist runtergegangen und würdest du sagen dass deutschland runter geht langsam also die ökonomie in deutschland ist nicht mehr so wie früher nein 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 überhaupt nicht nur die jeder dritte geht schon runter okay 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 das heißt für dich ist es auch schwieriger geworden wenn du nach geld fragt wird es immer schwieriger noch schlimmer aber lieber aber ich habe meine zeit um meine arbeit gehen mich ja bitte okay was hast du in der zeit von corinna gemacht corinna was habe ich überlebt keine keine das war zwei jahre aber da da ich war im knast war ich in der zeit warst du okay ein paar monate war ich im knast und da können wir mich draußen halbe und hier halbe leben auf straße und dann habe ich überlebt ohne 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 drogen ohne alkohol ohne ohne problem okay also du warst im knast in der corinna zeit ja da haben wir auch was denkst du wohin deutschland sich bewegt langsam in eine bessere sache oder schlechter was denkst du dass deutschland mit den steuergeldern peru mit 300 millionen geholfen hat aber die obdachlosen leute vergessen werden ihr werdet vergessen euch hilft keiner ich habe nicht vergessen aber ich meine die der staat hilft niemand also hilft nicht obdachlose keine hilfe keine harte vier bürger geld nichts du machst alles selber okay wohnung kriegst du auch nicht wohnung auch nicht und dann arbeit auch nicht nichts nichts nur mein geld und strafe auf straße okay wie ist das passiert du bist nach deutschland gekommen ja ich bin nach deutschland gekommen weil du bessere leben wollen ja besser leben und wegen bisschen mehr geld bisschen klein und das hat nicht geklappt das nicht geklappt wo die leute haben mich geklaut und dann auf die straße geklaut und dann ich bin so geblieben auf die straße okay okay willst du in deutschland bleiben oder willst du zurückgehen eines tages ich bin schon angewunden hier 24 jahre ich bleibe schon hier also du kannst nicht mehr zurückgehen war ich kann das aber das muss man schon wieder die probleme alles aufmachen und schon wieder schließen ach so da ist noch schlimmer ja wohl noch schlimmer bulgarien war ja polen polen sorry sorry ja polen ja hast du wenn du eine möglichkeit hast politik in deutschland was zu sagen was würdest du sagen zu der politik also die deutsche politik heute ist besser oder schlechter einer sagt so einer sagt so einer sagt so weiß man nicht welche seite muss man gehen aha also die deutsche politik ist unentschlossen ja die wissen nicht was sie wollen die wissen die wissen doch aber die leute einer sagt so die eine stopp einer geht weiter einer geht zurück diese leute und die leute überhaupt sind alle gebindet alle zusammen und gehen nicht nach vorne also hast du das gefühl dass die leute denken scheißegal so nicht scheißegal aber die wissen nicht machen die das auf und gehen nach vorne okay okay was sagst du noch mal ein zwei fragen was sagst du zu die der politik dass deutschland immer mehr leute reinlassen ist zu viel das ist der europa ist alles jetzt auf auf es ist jeder scheißegal ist gut oder nicht gut zu viel ja kein problem ja wir machen kein problem war immer so war immer so ich bin 24 jahre hier war immer so eine kommt eine geht eine kommt eine geht okay die letzte frage damals hast du mehr geld gehabt als jetzt wegen dem mark ja warum mit dem mark und dann habe ich arbeit gehabt und dann eine arbeit und die andere arbeit habe ich ja okay du hast gearbeitet früher okay habe ich das nicht gemacht ach so das hattest du nicht okay okay du hast früher nicht gebettet und du warst nicht auf der straße du hast alles verloren ja okay okay freunde er hat ganz normal gearbeitet vorher und hat alles verloren und ist auf der straße gelandet also würdest du sagen also also würdest du sagen dass der euro dich kaputt gemacht hat nicht so ganz aber so 60 prozent 60 prozent ja also europa ist für dich hat nicht funktioniert nicht funktioniert okay okay die 20 30 prozent kann man schaffen noch drinnen zu blieben aber die festerseite macht man nicht auf selber sich macht auch nicht auf ja und die leute machen das auch nicht auch das heißt deutschland hätte lieber alleine machen müssen ohne europa besser wäre besser für d mark ja okay 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 letzte 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 frage wenn jetzt der bundeskanzler sagt wir machen d mark zurück ist gut dann hat man wieder mehr geld doppelt mehr wie doppelt aha du kannst dich erinnern damals an die d mark ok und die leute haben mehr gegeben oder geben die heute mehr zwei drei vier mal mehr ach damals war mehr also du merkst die leute geben nicht mehr wie früher die haben kein geld mehr weil du kannst die straße besser jetzt sind alle arm geworden ich verstehe robert ich danke dir auf jeden fall für diese information kann weil ich glaube an dir du weißt wie die straße ist besser du weißt es am besten weil du bist jeden tag auf der straße ja was hast du früher normal gearbeitet noch mal was hast du gemacht sauber machen wende wende neue türen hast du so aufstrich strich und so maler und so naja ok 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 also handwerker warst du handwerker handwerker wie lange hast du das gemacht schon zehn jahre zehn jahre warum noch mal zum schluss warum hat das nicht geklappt wie ist das passiert warum bist du auf die straße gegangen aber das alles ist geklappt nicht weil ich habe alle papiere weggegangen meine arbeit noch einmal gemacht zweimal gemacht dreimal gemacht und nicht geklappt hat nicht geklappt ok 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 und das geld wurde immer weniger und du hast weniger ja wohl weniger weniger und da kann ich gar nichts ok neue tue neue sachen machen kaufen oder machen wohnung war schwieriger dann auch zu bezahlen ja natürlich nie früher nicht früher nicht aber jetzt verstehe ach deswegen ist es für dich auch sehr schwer wieder rein zu kommen weil jetzt keine chance mehr ich verstehe ich danke dir robert alles gute grüße gehen raus und bis zum nächsten mal ja pass auf dich auf tschüss